Ich habe mir wieder eine Herbstneuheit vorgenommen und unter die Lupe genommen. Ich möchte euch heute von meinem Ersteindruck zu Imperial Miners berichten. Imperial Miners ist bei Portal Games bzw. auf Deutsch bei Pegasus-Spiele erschienen und ist ein weiterer Teil der Imperial-Reihe. Nach Imperial Settlers, was ein großer Hit war, und Empires of the North, was ja nicht so gut angekommen ist, haben wir mit Imperial Miners jetzt mal ein Familienspiel am Start. Und ich möchte euch ganz kurz berichten, wie mir meine Partien gefallen haben, was ihr von dem Spiel erwarten könnt und was vielleicht auch nicht. Und los geht's als erstes mal mit einer kleinen Regelerklärung, damit ihr auch wisst, wovon ich spreche und damit ihr einen guten Überblick über das Spiel bekommt. Ich habe das Spiel hier für zwei Spieler aufgebaut. Wir haben die Zahnräder am Vorrat, wir haben die Einsturzplättchen im Vorrat, wir haben die Kristalle im Vorrat, wir haben die Loren im Vorrat und wir haben die Münzplättchen im Vorrat. Dann haben wir zehn Ereigniskarten, die wir zufällig rausnehmen aus dem Stapel und hier als verdeckten Stapel bereitlegen. Wir haben hier drei Entwicklungspläne, die wir uns aussuchen können oder die könnt ihr auch zufällig ziehen, das ist euch überlassen. Dann haben wir natürlich die Minenkarten, die Level 1, Level 2 und Level 3 Minenkarten jeweils gut gemischt und hier die Level 4 Minenkarten, die braucht ihr nicht mischen, die sind alle gleich. Dann haben wir, ja, die Spieler haben natürlich auch Material, sie haben hier jeweils so einen Minenmarker und wir haben hier eine Startmine jeweils in der entsprechenden Farbe. Dann bekommt jeder Spieler schon Startminenkarten und im ersten Spiel wird empfohlen, dass ihr jeweils zwei Karten des entsprechenden Stapels Level 1, Level 2 und Level 3 nehmt und diese dann alle behaltet. In den restlichen Spielen solltet ihr dann anders vorgehen. Dann nehmt ihr drei Karten von Level 1, zwei Karten von Level 2 und zwei Karten von Level 3 und von diesen Karten müsst ihr dann so viele abwerfen, dass ihr am Ende nur noch vier Handkarten auf der Hand habt. In dieser Beginnervariante mit 2, 2 und 2 behaltet ihr einfach alle auf der Hand und müsst keine abwerfen. Eine Partie Imperial Miners läuft über zehn Runden, was über die Ereigniskarten hier getrackt wird. Der Rundenverlauf ist immer der folgende. Es wird immer eine Ereigniskarte aufgedeckt, die drei unterschiedliche Effekte haben kann. Immer entweder ein Sofort-Effekt, einen permanenten Effekt oder einen Runden-Ende-Effekt. In diesem Fall ist das ein Runden-Ende-Effekt. Und nachdem die Ereigniskarte dann eventuell abgehandelt worden ist, gehen wir in die Minenphase über und dort spielt jeder Spieler gleichzeitig eine Minenkarte von seiner Hand in seine Mine. Das erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Und ja, diesen ganzen Zyklus machen wir quasi zehnmal und wer am Ende von diesen zehn Runden die meisten Kristalle gesammelt hat, der hat gewonnen. Tiebreaker ist in dem Fall das Geld. Dann erkläre ich euch ganz kurz, was es mit den Minenkarten und der Mine überhaupt auf sich hat, wie man die legen darf und was auch die verschiedenen Symbole bedeuten. Ihr könnt in eurer Mine grundsätzlich maximal vier Level nach unten gehen. Ihr habt die Level-1-Karten, die Level-2-Karten, die Level-3-Karten und auch die Level-4-Karten und diese müssen dann auch im entsprechenden Level liegen. Das heißt, eine Level-1-Karte kann ich nur in das Level-1 spielen. Hier die oberen Räume, das ist Level-0. Das heißt, alles, was unter Level-0 ist, ist Level-1. Alles, was unter Level-1 ist, ist Level-2 und so weiter und so fort. Wenn ihr eine Karte anlegt, dann müsst ihr die natürlich mit dem Text in eure Richtung hier anlegen und ihr müsst gucken, dass diese Loren-Symbole, die hier oben zu sehen sind, immer in der Hälfte, entweder eine leere oder eine volle halbe Lore, dass ihr die so anbaut, dass das genau hier passt von den Symbolen her. Ihr müsst aber auch schauen, dass wenn ihr zum Beispiel zwei Level-1-Karten nebeneinander bauen wollt, dass ihr das so baut, dass mindestens eine Karte da noch zwischenpasst. Also hier, wenn ich das so legen würde, würde hier noch eine Karte zwischenpassen. Deswegen darf ich das. So dürfte ich das nicht legen, weil hier keine Karte mehr zwischenpasst. Das ist aus folgendem Grund der Fall, denn wir wollen die Level-2-Karten unter die Level-1-Karten so bauen, dass sie immer genau um eine halbe Karte versetzt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese beiden Level-1-Karten habe, sagen wir mal, ich mache sie so, dann könnte ich jetzt auch mittlerweile Level-2-Karten darunter bauen. Das kann ich schon, wenn ich eine Level-1-Karte habe. Und ich könnte jetzt eine Level-2-Karte hier unterbauen und zwar entweder so versetzt oder so versetzt. Ich könnte sie auch hier bauen oder hier bauen. Es muss auf jeden Fall versetzt zu dem Level da drüber sein. Genauso verhält es sich mit den Level-3-Karten. Die kann ich auch einfach bauen, die kann ich auch einfach so versetzt bauen und auch da müsst ihr immer schauen, dass quasi immer genug Abstand da ist, um eine Karte daneben bauen zu können. Genauso ist es mit der Level-4-Karte. Das heißt, ich baue hier quasi so eine leichte Pyramide und baue diese Karten dann versetzt an. Dann gibt es hier diese Loren-Symbole, die dann in dem Moment, wo ihr eine Karte angelegt habt, entweder voll sind oder sie sind leer komplett oder sie sind halb voll. Eine leere Lore, die halt jetzt komplett leer ist, könnt ihr im gesamten Spiel nicht auffüllen. Es ist nicht möglich, eine leere Lore mit Gold aufzufüllen. Eine volle Lore ist schon eine volle Lore und eine volle Lore ist einfach am Ende auch ein Kristallwert. Und eine halbe Lore, die habt ihr oder die könnt ihr füllen im Laufe des Spiels. Es gibt Fähigkeiten, es gibt Karten, die euch sagen, dass ihr solche Loren hier bekommt, solche Holzloren und dann dürft ihr diese Loren nur auf Felder legen, auf denen eine halbe Lore zu sehen ist, um diese dann damit aufzufüllen. Dann seht ihr sicher, dass die Minenkarten unterschiedliche Kosten haben, denn in dem Moment, wo ihr eine Karte ausspielt, müsst ihr die Kosten in Geld bezahlen. Könnt ihr das nicht, könnt ihr die Karte auch nicht spielen. Das heißt, ja, die Level 1 Karten sind tatsächlich immer kostenlos. Also ihr könnt immer mindestens eine Level 1 Karte spielen, wenn ihr eine habt. Und die Level 2 und Level 3 Karten kosten wieder was und die Level 4 Karten kosten wieder nichts. Diese bekommt man aber auch nicht ganz so einfach, denn ja, man kann diese Level 4 Karten nicht so ganz einfach ziehen. Ja, und nun ist es so, immer wenn ihr eine Karte gespielt habt, dann dürft ihr den Effekt der Karte anwenden und ihr dürft zusätzlich auch noch einen Effekt einer Karte, die über dieser Karte liegt, anwenden, bis ihr quasi oben angekommen seid. Also ihr geht in so einer Kaskade nach oben, könnt euch immer überlegen, welche Karte, die gerade über eurer Karte liegt, ihr aktiviert. Also ich könnte, wenn ich jetzt hier so ein paar mehr Karten liegen hätte, ich lege hier einfach mal nochmal so ein, sozusagen Level 3 Karten hin, so könnte das aussehen und ja, wenn ich diese jetzt gespielt hätte, diese schottische Brigade hier an der Level 3 Karte, könnte ich einmal den Effekt anwenden, hier könnte ich 5 Geld zahlen, um 3 Loren zu erhalten, die ich dann hier auf meinem Plan platziere und ich könnte dabei 1 Gold weniger zahlen für jedes Schottenkarte in meiner Mine. Schottenkarten sind solche Karten, die hier so ein grünes Symbol haben. Die führe ich also dann aus und nun kann ich mich entscheiden, ob ich die oben links davon ausführe oder oben rechts davon ausführe. Also das heißt, ich gehe dann einen Pfad meiner Wahl hier nach ganz oben, bis ich hier oben angekommen bin und hier kann ich dann auch eine dieser drei Effekte ausführen. Das kann ich auch machen, wenn ich zum Beispiel einen Weg nach oben gegangen bin, der gar nicht hier auf dieses Level 0 angrenzt, weil es kann auch sein, dass meine Level 1 Karten hier so weit angebaut sind. Ich kann nämlich seitlich hier unendlich lange anbauen. Das kann ich natürlich bei Level 2 und Level 3 nicht machen, wenn da keine Karten drüber sind. Also zum Beispiel, ja so würde das noch gehen, weil ich hier noch eine drunter hätte. Aber ich könnte zum Beispiel nicht hier rechts anbauen, weil diese Level 2 Karte keine Level 1 Karte unter sich hat. Und dieses Board hier, das muss man sich quasi als unendlich vorstellen. So kann ich unendlich viele Level 1 Karten nebeneinander machen und die sind dann auch immer alle benachbart zu all diesen drei Aktionen. Das heißt, ich kann mir immer eine von diesen drei Aktionen auswählen, wenn ich hier auf dieses Level 0 gekommen bin. Und dann gibt es noch eine wichtige Regel. Ihr dürft jede Karte pro Spielrunde genau einmal anwenden und nicht mehr. Es gibt nämlich Effekte, die euch sagen, dass ihr vielleicht noch eine bestimmte Karte aktivieren könnt, wie zum Beispiel dieses Rundenende Ereignis, in dem wir vielleicht bestimmte Dinge aktivieren können. Und dann ist es wichtig, dass ihr keine Karte aktiviert, die ihr in dieser Runde schon aktiviert habt. Um das irgendwie sicherzustellen, könnt ihr euch vielleicht mit irgendwelchen Geldmarkern behelfen oder die Karten irgendwie so leicht seitlich machen. Da muss man ein bisschen gucken. Man kann sich das eigentlich auch merken, weil so viele Karten sind es im Grunde genommen ja nicht. Aber darauf müsst ihr achten, dass ihr keine Karte in einer Runde doppelt aktiviert. Es gibt Karten, auf denen explizit draufsteht, dass man sie mehrfach aktivieren kann. Da verhält es sich dann natürlich anders. Aber grundsätzlich kann jede Karte genau einmal pro Runde aktiviert werden. Ja, dann vielleicht noch einmal zu den Technologieboards hier, zu diesen Entwicklungsplänen. Da ist es einfach so, immer wenn euch eine Fähigkeit sagt, eine Kartenfähigkeit sagt, dass ihr auf dem Technologie, auf diesen Entwicklungsplan vorangehen könnt, also Felder entwickeln könnt, dann könnt ihr mit eurem Marker euch zumindest beim ersten Mal hier einfach irgendwo draufstellen. Also zum Beispiel die Fähigkeit hier oben in der Mitte, diese Level-Null-Fähigkeit, die sagt mir, dass ich vier oder acht Geld zahlen kann, um bis zu zwei oder fünf Felder zu entwickeln. Und wenn ich jetzt, ja, sagen wir mal, ich habe jetzt vier Geld hier reingezahlt, ich bin hier oben angekommen, möchte das machen, mein Marker liegt noch auf keinem der Boards, dann kann ich mich jetzt auf eins dieser Boards entscheiden und kann jetzt bis zu fünf Felder entwickeln. Das heißt, ich gehe jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf Felder. Ich könnte auch nur vier Felder gehen und erhalte dann den Bonus, der rechts davon abgebildet ist von meinem Marker, von dem Feld, auf dem ich lande am Ende. Also es kommt, man bekommt immer nur den Bonus, ja, für das Feld, auf dem man dann am Ende landet. Wenn ihr dann oben angekommen seid, wenn ihr auch den letzten Schritt macht und mehrere Schritte macht, verfallen die übrigen Schritte. Also ihr müsst hier einmal stoppen bei der obersten, bei dem obersten Plan, bei der obersten Technologie. Ja, dann aktiviert ihr das auch und dann müsst ihr auf einen anderen Plan gehen. Also ihr müsst dann euch quasi entscheiden, nachdem ihr die Aktion durchgeführt habt, auf welchen anderen Plan ihr geht, um da dann die nächsten Entwicklungsschritte in den nächsten Runden oder in den nächsten Zügen dann durchzuführen. Es gibt Möglichkeiten, bei manchen Entwicklungsplänen auch, ja, quasi zwischen den Plänen zu springen. Das sind aber alles Spezialfähigkeiten. Das würde jetzt zu weit führen, jede einzelne Fähigkeit hier einmal abzuhandeln. Aber grundsätzlich, ja, lauft ihr diese Entwicklungspläne immer einmal komplett hoch und entscheidet euch dann für einen anderen Entwicklungsplan, auf dem ihr dann auch komplett hoch lauft. Aber je nach Partie läuft man auch vielleicht gar nicht so weit, dass man überhaupt einen Entwicklungsplan schafft. Das kommt immer ganz auf die Karten drauf an. Genau, das zu den Entwicklungsplänen. Und ihr seht auch hier bei den Entwicklungsplänen, das vielleicht nochmal gesagt, hier zum Beispiel, könnt ihr diese Level 4 Karten ziehen, die ihr, ja, mit dieser Fähigkeit zum Beispiel hier oben auf Level 0, bei dem ihr drei Karten ziehen dürft. Da, ja, dürft ihr die Level 4 Karten nicht ziehen. Und wichtig auch, wenn ihr Karten zieht, ihr müsst immer euer Handkartenlimit von 8 im Auge behalten. Wenn ihr mehr Karten zieht als 8 Karten, also, dass ihr dann mehr als 8 Karten auf der Hand habt, müsst ihr immer auf 8 Karten abwerfen. Dann erkläre ich nochmal kurz, was diese kleinen Zahnräder hier sollen. Es gibt Karten, die euch sagen, dass ihr Zahnräder auf die Karten legen sollt. Das bringt euch, dass die Karte dann im Grunde genommen immer stärker wird. Meistens ist es, dass man entscheidet, entweder ein Zahnrad draufzulegen oder den Effekt auszuführen, je nachdem, wie viele Zahnräder drauf sind. Wichtig ist, ihr dürft auf jeder Karte maximal drei Zahnräder haben. Aber auf den Karten steht auch explizit drauf, auf welchen Zahnräder quasi nötig sind und auf welchen nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier in meiner Auslage keine Karte, die mir sagt, dass ich irgendwo ein Zahnrad legen soll. Aber wichtig, bei diesen Zahnradkarten immer maximal drei Zahnräder pro Karte. Und dann gibt es noch diese Einsturzplättchen. Und ja, es gibt Karten, die euch sagen, dass ihr so ein Einsturzplättchen irgendwo drauflegen soll, nachdem ihr sie vielleicht aktiviert habt. Das bedeutet einfach, dass bei der nächsten Aktivierung die Karte selbst nicht aktiviert wird, sondern nur das Einsturzplättchen wieder runtergenommen wird. Das ist quasi so eine Art Delay. Es ist so eine Art Blocker, dass diese Karte nur jede zweite Runde aktiviert werden kann. Außer ihr habt vielleicht eine Möglichkeit, dieses Einsturzplättchen irgendwie anderweitig von eurer Karte zu nehmen. Dann könnt ihr es natürlich jede Runde irgendwie aktivieren. Aber grundsätzlich sind das sehr starke Karten im Normalfall, die ja nur jede zweite Runde aktiviert werden wollen. Das waren die Regeln zu Imperial Miners. Das ist doch relativ übersichtlich, finde ich. Ist ja auch nur ein Familienspiel. Und ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt so direkt losspielen und wünsche euch schon mal viel Spaß bei eurer ersten Partie. Und jetzt erzähle ich euch noch mal so ein bisschen, wie mir das Spiel gefallen hat und was für einen Eindruck ich von dem Spiel hatte. Es ist so, ja, ich hatte gar nicht so wirklich viel erwartet. Ich wusste auch gar nicht so genau, dass es ein Familienspiel ist. Ich war eher so vom Kennerspiel aus gedacht. Aber als ich die Regeln gelesen habe, kam mir das dann schon, wurde es mir schon ein bisschen klarer. Es ist relativ einfach. Wir legen quasi eine Karte und können dann verschiedene Karten auslösen. Und am Ende, ja, nach zehn Runden gewinnt halt derjenige, der am meisten Kristalle gesammelt hat mit seinen Karten. Und ja, relativ simpel, muss ich sagen. Ich finde es ziemlich cool mit diesen Kaskaden, dieses Auslösen von möglichst vielen Karten, die ich dann über dieser Karte gesammelt habe, in einer möglichst, ja, guten Kombination. Das macht wirklich Spaß. Es ist tatsächlich nicht so tiefgründig, wie man das von Kennerspielen kennt. Aber für ein Familienspiel, muss ich sagen, ist es dann doch relativ anspruchsvoll, weil es doch, ja, Karten gibt, die irgendwie gut, gute Synergien miteinander haben und Karten gibt, die ja vielleicht nicht so toll zu anderen Karten passen. Hinzu kommt ja auch, dass es verschiedene Arten von Karten gibt, von diesen verschiedenen Völkern, die dann auch vielleicht bestimmte Synergien irgendwie gut, ja, bilden. Also, muss ich sagen, ist für ein Familienspiel dann doch relativ anspruchsvoll. Für einen Kenner ist es allerdings tatsächlich, ja, dann doch irgendwie zu leicht, weil es dann doch relativ klar ist, dass man möglichst tief bauen muss, um möglichst viele Kristalle zu erlangen. Es sei denn, es gibt Entwicklungspläne, die einen vielleicht besonders dafür belohnen, dass man in die Breite baut, aber grundsätzlich ist es natürlich immer besser, viele Karten in seinem Zug zu aktivieren, um dann, ja, möglichst viel irgendwie davon zu haben. Ja, das, das muss man sagen, das ist einfach so, aber es ist ja auch okay, es ist halt ein Familienspiel. Ich finde die Entwicklungspläne sehr unterschiedlich. Es gibt Entwicklungspläne, wo ich gesagt habe, wow, das ist super stark, das kommt mir super stark vor, oder muss ich unbedingt irgendwie möglichst oft hochwandern in kleinen Schritten und dann habe ich mir auch Karten rausgesucht, die mir quasi erlauben, auch ja immer in kleinen Schritten zu wandern, um dann möglichst viele von diesen Boni auch einzuheimsen. Es gab auch super coole Karten, die über die Entwicklungspläne, mit denen man dann die Entwicklungspläne noch irgendwie, ja, switchen konnte, also man konnte dann noch zwischen diesen Entwicklungsplänen, ja, hin und her springen, ist auch ziemlich cool. Also ich muss sagen, auch die Kartenvielfalt finde ich echt cool, wobei man natürlich sagen muss, okay, die Level 1 Karten, die sind natürlich immer irgendwie ähnlich, da bekommt man eigentlich, ja, möglichst, ja, meistens irgendwie zwei Geld, so wenn man es, wenn man es ordentlich gebaut hat, aber ab dem Level 2 und 3 Karten, muss ich sagen, sind echt coole Effekte dabei, die ich so nicht erwartet hätte. Ein extremer Fail, muss ich sagen, sind leider die Kristalle, die, ja, die roten Kristalle, die erkennt man noch relativ gut, aber die blauen und die grünen Kristalle, also die kann man ja wohl überhaupt nicht unterscheiden, wenn man nicht so ultra gutes Licht hat, das verstehe ich halt absolut nicht, warum man da nicht, ja, keine Ahnung, schwarze Kristalle oder goldene Kristalle genommen hat oder was, die gibt es ja in 100 Millionen verschiedenen Farben standardmäßig, ja, das ist mir tatsächlich, das finde ich einfach ein ziemlich großer Fail, muss ich sagen, weil das hat schon während den Partien, die ich gespielt habe, echt gestört, dass man immer irgendwie den falschen Kristall genommen hat und das macht am Ende natürlich dann einen Unterschied, ob ich jetzt den Einer nehme oder den Fünfer oder, ne, ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, völlig unnötig, das macht das Spiel einfach unnötig, wertet das Spiel irgendwie unnötig ab, hab ich so das Gefühl, ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, echt fluffig gespielt, super schnell runtergespielt, die Ereigniskarten sind auch eigentlich ziemlich cool, äh, man kann das irgendwie, ja, echt, echt gut runterspielen, also es ist überhaupt nicht zu vergleichen eigentlich mit Imperial Settlers und auch nicht mit Empires of the North, wo man ja extrem grübeln kann, was spiele ich jetzt aus und das ist hier überhaupt nicht der Fall, es ist, muss ich sagen, echt ein richtig cooles Familienspiel mit einem, ja, so super schönen Artwork, wie man das kennt von Imperial Settlers mit so kleinen Details, ich mag auch super gerne diese kleinen, ähm, ja, Minenpläne mit diesen ganzen kleinen Figuren, was da alles passiert, auch für Kenner, ist unglaublich viel zu entdecken, muss man einfach sagen, ich halte das hier nochmal so ein bisschen rein, damit ihr das erkennen könnt, also diese ganzen Sachen, die hier passieren, ähm, ganz toll, muss ich sagen, finde ich, finde ich gut, ähm, ja, als, als Kennerspieler würde ich das wahrscheinlich nicht super häufig auf den Tisch bringen, vielleicht mal als Absacker, weil als Absacker, ja, kann man das tatsächlich machen, weil es einfach, ähm, ja, so kurzweilig und schnell runtergespielt ist, aber, ja, aber Großtiefe bringt das natürlich, äh, nicht rein und muss es auch nicht und will es wahrscheinlich auch nicht. Tatsächlich haben wir auch überlegt, ob wir diese 10 Runden ausweiten, also ob wir sagen, ja gut, dann, wir machen einfach zwei Level 3, äh, Ebenen und wir machen auch noch irgendwie zwei Level 2 Ebenen und wir machen das Ganze über 20 Runden, das kann man natürlich irgendwie machen, um, ja, das so ein bisschen ausatmen zu lassen, dann, dann ist es halt tatsächlich super schwierig, diese Kaskaden durchzugehen und da kann man, kann man wirklich sehr viel Hausruhlen, wenn man da so ein bisschen mehr, ja, noch irgendwie eine Challenge haben will, ähm, ja, aber, äh, das ist dann eher so für, ja, lustige Abende oder irgendwie mal ein bisschen was ausprobieren, braucht man aber theoretisch in der Standardversion gar nicht. Ja, ich glaube, so viel mehr gibt es auch nicht zu sagen zu dem Game, muss ich sagen, einfach eine schöne Geschichte, ähm, gefällt mir gut und wie gesagt, der größte Fail auf jeden Fall sind diese kleinen, äh, diese kleinen Kristalle, diese blauen und grünen, ähm, ersetzt, wenn ihr euch das Spiel kauft, ersetzt die einfach am Anfang direkt durch irgendwelche roten Rubine oder so, die ihr vielleicht noch im Schrank habt, dann erspart ihr euch dieses nervige, ich weiß nicht, was ich da gerade genommen habe, äh, äh, diese Situation, ja, muss man sagen, es, äh, muss es, muss einfach nicht sein. Gut, das war's, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufschlauen zu meinem, äh, zu diesem Spiel, wie gesagt, es ist ein Ersteindruck, ich hab's, äh, ich glaube, dreimal jetzt gespielt und ist natürlich auch meine persönliche Meinung und, ähm, der Vollständigkeit halber ist auf jeden Fall ein Rezensionsexemplar gewesen, was ich zugeschickt bekommen habe, aber, ja, definitiv, äh, ihr wisst ja, ich bin da unabhängig und, äh, das hat auch nichts damit zu tun, wie ich, äh, Spiele finde, seid euch da sicher, das muss ich aber demnächst immer, meinen Videos immer vielleicht mal wieder ein bisschen öfter sagen, weil es auch tatsächlich immer so mit Kanalgröße natürlich immer so ein bisschen zunimmt mit Rezensionsexemplaren und, ja, es ist einfach nicht leistbar, äh, für mich, äh, jetzt auch mit Familie und so tatsächlich mir jedes Spiel selber zu kaufen, ähm, das, ja, da bin ich froh, wenn ich mal das eine oder andere Ding, äh, ja, zugeschickt bekomme und euch dann zeigen kann, ohne, äh, mir das gekauft zu haben, ähm, ja, das da gleich dazu, ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis und, ähm, ja, wie gesagt, seid euch sicher, ich werde auch Spiele schlecht bewerten, wenn sie mir nicht gefallen, äh, das, äh, ja, verspreche ich euch und, sonst, ja, falls euch das Video geholfen hat, falls es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ihr wisst ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann könnt ihr mich unterstützen, meinen Kanal unterstützen, ähm, kostet euch nichts und ich freue mich über Abos und über Daumen hoch und über Wachstum und, ja, ich will hoch hinaus, äh, soweit man hinausgehen kann in unserer kleinen Mini-Brettspiel-Bubble und, äh, ja, das war's, äh, mit dem Video, falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, würde ich mich natürlich mit freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video schaut, ich habe hier zum Beispiel eine kleine, ja, auch einen kleinen Ersteindruck, Kurzfazit zum Spiel Pirate Tales, ähm, ja, das verlinke ich euch hier oben mal und hier unten ist ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorstellt, ist vielleicht auch ganz interessant für euch und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und sage bis dahin, ciao, ciao!